Warum können Dinosaurier keinen Fisch essen? Weil die Säugetiere sind. Ja, Säugetiere, wir sind doch auch Säugetiere, oder? Wir können nicht im Wasser chillen. Wir sterben sonst, weil wir haben keine Kiemen, wo Durchluft kommt. Die Frage komplett verfehlt. Äh, komplett? Komplett. Was ist denn die Antwort gewesen? Wir starten nochmal neu. Warum können Dinosaurier keinen Fisch essen? Ja, aber die Antwort bleibt ja gleich, weil ich davon überzeugt bin. Weiß nicht. Zu cool? Weil sie tot sind. Sie sind ja ausgestorben.